Herzlich willkommen zur ersten Episode der Ausbildung X-Interview-Reihe. Wir starten heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit mir werden wir diese ganze Reihe starten. Und zwar werde ich heute was zum Ausbildungsberuf des Industriekoffmanns erzählen. Und dann werden wir im Weiteren dann mit noch kommenden Gästen über andere Ausbildungsberufe sprechen und somit dann diese Interview-Reihe gestalten. Also, freut euch auf das heutige Interview. Mein Name ist Jan Max, bin 20 Jahre jung und bin ein angestellter Projektmanager in der Energiewirtschaft, studiere nebenberuflich Management und Digitalisierung an der FOM in Bonn und habe noch als Nebenprojekt Ausbildung X gegründet. Ich würde einen Industriekaufmann als einen Allrounder im kaufmännischen Bereich bezeichnen, der sich natürlich hauptsächlich auf Industriebranchen spezialisiert. Das heißt, im Bereich Automobilbranche, Automobilzulieferer, Energiewirtschaft war bei mir in der Klasse noch vertreten und bin ich natürlich auch eingesetzt. Ansonsten ist der Industriekoffmann eigentlich in jeder Branche ein sehr gefragtes Berufsbild. Deswegen jemand, der sich in den Bereichen kaufmännischen Vertrieb, Personalmanagement, also alles entlang der Wertschöpfungskette sehr gut auskennt und auch einsetzbar ist. Ich glaube, der Alltag eines Industriekoffmann-Auszubildendes ist sehr stark abhängig davon, wo man gerade eingesetzt ist. Denn in der Ausbildung war es zumindest bei mir so, dass man in ganz vielen verschiedenen Abteilungen eingesetzt wird. Dann war es so, dass mein üblicher Tag eigentlich so um 7.30 Uhr, bei mir vielleicht auch mal 10, 15 Minuten später losgegangen ist, dass ich ins Büro gegangen bin. Also üblicherweise glaube ich, dass man als Industriekoffmann doch recht viel Zeit am Schreibtisch vom Computer verbringt. Natürlich auch in Meetingräumen, mittlerweile in Online-Calls, Telefonate verwickelt ist und das kommt halt immer sehr stark darauf an. Ist man gerade im Personalmanagement eingesetzt, ist man im Kundenservice, im Vertrieb und danach variiert das eben sehr stark. Aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr geregelter Tagesablauf. Meistens so 7.30 Uhr, 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 16.30 Uhr, vielleicht 17.00 Uhr, wo man eben viel Zeit am Schreibtisch verbringt, Meetings hält und so weiter. Ansonsten, was natürlich neben der Arbeit noch dazu kommt, ist Punkte Berufsschule, weil bei mir im Wochensystem, also jede zweite Woche hatte ich zweimal Berufsschule und in den Zwischenräumen hatte ich einmal Berufsschule pro Woche. Und das kann man sich eigentlich wie eine ganz normale Schule vorstellen, wo man feste Unterrichtsstunden hat, wo man dann eben vor Ort ist und dann eben den verschiedenen Fächern nachgeht, die einem da eben zugeordnet werden. Ich glaube, es war weniger der Beruf, der mich fasziniert hat, sondern mehr das Unternehmen. Ich hatte ehrlicherweise, als ich mit der Schule fertig war, jetzt nicht so viel Ahnung davon, weder vom Unternehmen noch von der Ausbildung noch von dem Beruf, hatte ich von allem nicht besonders viel Ahnung. Aber ich hatte halt relativ viele Bekannte, die in dem Unternehmen, wo ich jetzt auch immer noch arbeite, beschäftigt waren und davon habe ich halt sehr, sehr viel Positives gehört und ich hatte einen sehr, sehr guten Eindruck davon. Deswegen habe ich mich halt dazu entschieden, mich da auf einer Ausbildungsstelle zu bewerben und da kam eben für mich, weil ich immer schon recht viel wirtschaftliches Interesse hatte, nur die Industriekaufmann-Ausbildung in Frage. Ja, und deswegen habe ich da mich dann beworben. Nach der Schule hatte ich erstmal so ein bisschen die Schnauze voll vom reinen Zuhören und Wissen konsumieren. Deswegen kam für mich ein Vollzeitstudium nicht in Frage, also vielleicht als Background. Ich habe ein normales Abitur gemacht, deswegen wäre ein Studium auch möglich gewesen. Aber ich hatte Lust, eigene Verantwortung zu übernehmen und selbst Aufgaben nachzugehen, selbst wirklich mal was zu tun, anstatt nur, ich will das gar nicht abwerten, aber erstmal nur in der Vorlesung zu sitzen und Wissen zu konsumieren. Deswegen war es für mich einfach ein schönes Modell, dass ich auf der Arbeit mitwirken könnte, wirklich da auch was Handfestes lernen kann. Gleichzeitig trotzdem Wissen konsumiert habe aus der Berufsschule. War einfach ein sehr, sehr schönes Modell, was ich im Nachhinein auch auf gar keinen Fall bereue. Ich glaube, das, was ich gerade schon gesagt habe, das ist so ein bisschen die Kombination aus, ich wollte endlich mal Verantwortung übernehmen. Ich habe das auch einfach als große Chance für mich gesehen, mich persönlich weiterzuentwickeln, dass ich Interessen wecke, die vielleicht vorher noch nicht so gegeben waren. Und ich bin froh, dass ich jetzt im Nachhinein sagen kann, dass das auch so aufgegangen ist und eigentlich sogar meine Erwartungen, muss ich ehrlicherweise sagen, noch übertroffen hat. Ja, also an Hard Skills. Ich glaube, das Mindestmaß für eine Industriekaufmann-Ausbildung ist ein Realschulabschluss. Wobei, nach meinem Eindruck, was ich jetzt in der Berufsschule und so auch an Kollegen bekommen hatte, hatten die meisten schon mindestens ein Fachabitur. Ich glaube, höhere Handelsschulabschluss ist auch Regelfall oder ein Abitur. Also ich glaube, das ist jetzt nicht entscheidend darüber, wie du da performst. Ich glaube, dass du darüber hinaus sehr kontaktfreudig sein solltest, dass du gut im Team arbeiten kannst, dass du Spaß hast, auch an viel typischer Schreibtischarbeit, dass du es magst, dich zu organisieren, dass du dich auch wirklich gut organisieren kannst und vor allem auch sehr zuverlässig bist. Und wenn du die Ausbildung wirklich gut machen willst, würde ich dir einfach empfehlen, sei sehr wissbegierig, eifrig und versuch einfach wirklich das Beste aus diesen Jahren zu machen, weil du wirklich viel rausholen kannst. Und ich habe das Gefühl, dass das häufig leider unterschätzt wird. Ich würde die Ausbildung jedem empfehlen, der ein grundsätzliches Interesse in puncto Wirtschaft hat, der sich langfristig da auch sieht, der nicht abgeneigt ist, auch noch Weiterbildung, wie jetzt zum Beispiel ich mit einem Studium oder anderen Fortbildungen zu machen. Ich glaube, dass es einfach eine Eintrittskarte in die Wirtschaft ist, die wirklich sehr, sehr vorteilhaft ist, weil man eben schon in einem sehr jungen Alter sehr viele Einblicke bekommt, wenn man das auch fordert. Und ich würde es einfach jedem empfehlen, der sich und andere gerne organisiert, der gerne im Team arbeitet, auch gerne eigene Interessen im Unternehmen voranbringt, dem würde ich eine Industriekaufwandausbildung empfehlen. Ich habe ja schon häufig gesagt, dass ich in der Energiewirtschaft arbeite. Das ist bei dem Unternehmen Eregio GmbH & Co. KG mit Sitz in Euskirchen und Kall. Wer die Orte jetzt nicht vielleicht direkt kennt, das ist in Nordrhein-Westfalen, nicht so weit weg von Köln. Ja, ich hatte da jetzt zweieinhalb Jahre lang meine Ausbildung zum Industriekaufwand, war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit, wo ich auch sehr, sehr zufrieden und auch dankbar bin an die ganzen Kollegen und vor allem an das Unternehmen. Deswegen, ich bin auch nach wie vor da eingesetzt und habe auch erstmal vor, da weiter zu arbeiten, weil mir das da alles mit den Kollegen sehr, sehr viel Spaß macht. Genau, und andere mögliche Arbeitgeber, ich habe es eben schon mal gesagt, ich glaube, die Industriekaufleute sind wirklich überall einsatzfähig. Also ich habe da mal grob mal so recherchiert, auch als ich mich beworben hatte, was es noch für Möglichkeiten gibt. Das geht wirklich von kleinen Unternehmen bis zu Mittelständlern, bis zu relativ großen, wie jetzt bei mir, wo wir jetzt so etwas über 400 Mitarbeiter, was jetzt auch nicht mehr gerade klein ist, bis hin zu den größten Konzernen, Daimler AG, Volkswagen, Bayer. Habe ich auch mal geguckt, die bieten auch Ausbildungsplätze für Industriekaufleute an. Also da findet ihr wirklich einiges, wo ihr euch bewerben könnt. Und das solltet ihr euch auch auf jeden Fall mal angucken, kann ich nur empfehlen. In meinem Fall war der Bewerbungsprozess so, dass ich im ersten Zug natürlich auf die Ausbildungsplätze eine Bewerbung geschickt habe, also anschreiben, typischer Lebenslauf. Daraufhin wurde ich dann zum Einstellungstest eingeladen, wo dann noch viele andere Leute eingeladen wurden, ganz normal in so einen Raum geführt, wo dann dieser Test eben durchgeführt wurde, hinsichtlich, glaube ich, logischem Denken, Mathe, Sprachfähigkeiten und, ich glaube, analytischen Fähigkeiten waren auch dabei. Genau, ansonsten, was jetzt bei mir nicht der Fall war, aber ich glaube, mittlerweile so ist, ist, dass es auch ein Assessment Center gibt, dass man dann, ich glaube, über ein oder vielleicht zwei Tage durchlaufen muss. Und am Ende des Prozesses gibt es dann noch ein Gespräch mit dem Personaler, wo man nochmal, ja, hinsichtlich seiner eigenen Ziele, Stärken, Schwächen, sprich das typische Bewerbungsgesprächsverfahren, ja, bis hin zu dem Punkt, wo man dann entweder eine Zusage oder eine Absage bekommt. So war der Prozess bei mir. Ehrlicherweise so gut wie gar nicht, was ich im Nachhinein extrem bereue und auch niemandem empfehlen würde, denn ich glaube, zwischen meiner Zusage und dem wirklichen Ausbildungsbeginn lagen circa acht, neun Monate. Und ich glaube, das Einzige, was ich wirklich gemacht habe, ist, ja, mich etwas auf der Website von meinem Arbeitgeber ausgetoben, mir da ein paar Dinge durchgelesen und viel mehr, also, weder zum Unternehmen noch fachliches, methodisches, ich habe mich da wirklich super wenig vorbereitet. Und heute weiß ich einfach, das würde ich wirklich niemandem empfehlen. Guckt euch wirklich eure Arbeitgeber, wo ihr euch bewirbt, sehr gut an, versucht vor allem die Produkte und die ganzen Themen rund um das Unternehmen schon mal vorab kennenzulernen. Bereitet euch auch schon mal auf Inhalte in der Berufsschule vor, die könnt ihr auch total easy im Internet herausfinden, was da alles abgefragt wird. Und ansonsten vielleicht auch so ein paar Tipps, wie man sich mit bestimmten Programmen und sowas auseinandersetzt, bestimmte Methoden, die man anwenden muss, wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, in Meetings geht oder sonstigen Fragestellungen hinterher geht. Da gibt es wirklich genug Sachen, die man sich vorher angucken kann. Würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, sich auf die Themen vorzubereiten. Ich bin am 01.08.2018 in meiner Ausbildung gestartet. Das war so aufgebaut, dass wir am ersten Tag erstmal mit allen neuen Azubis, jetzt nicht nur mit den Industriekaufleuten, sondern auch mit anderen Ausbildungsberufen, in so einem großen Meetingraum zusammengekommen sind, zusammen mit den Personalern. Auch die Geschäftsführung ist da später dazugekommen, hat ein bisschen was gesagt. Genau, dann hatten wir so Kennenlernspielchen, ein bisschen Austausch einfach, auch so die ersten Dokumente, die man braucht, Versetzungsplan der Abteilungen, Organigramm, all diese Inhalte, die man eben braucht, um sich am Anfang zurechtzufinden, auch Passwörter und sowas. Genau, das war so der erste Tag und danach sind wir schon eigentlich fest in die Abteilungen reingekommen. Ich bin im Kundenservice bei mir gestartet und so waren dann auch erstmal meine ersten Wochen und Monate so aufgebaut, dass ich mich eben in diesen Abteilungen ganz normal mit dem Team auseinandergesetzt habe. Da den typischen Tätigkeiten nachgegangen bin und vor allem in den ersten Wochen, wenn ich das natürlich angeguckt habe und versucht von den Kollegen zu lernen. Zusätzlich war es in der Berufsschule, also erst einen Monat nachdem meine Ausbildung im Betrieb begonnen hat, ist die Berufsschule erst losgegangen und da war halt, wie man sich halt so ein Schulstart vorstellt. Erst war ein bisschen organisatorischer Kram, dann ging es auch ganz normal mit dem Unterricht schon los, also auch nichts, was man jetzt nicht schon in irgendeiner Form kennt. Also im Betrieb, was man da lernt, ist natürlich sehr, sehr stark abhängig davon, wo man gerade eingesetzt ist. Ich persönlich war jetzt ein paar Monate im Kundenservice, war lange Zeit im Projektmanagement, war im Produktmanagement, Finanzbuchhaltung und jetzt eben im Bereich Strategie, Geschäftsfeldentwicklung und Projektmanagement. Und was ich da gelernt habe, ist vor allem auf so einer, ja ich sage mal auf so einer kommunikativen Ebene, wie man mit Kollegen umgeht, wie man Meetings führt, wie man Themen vor- und nachbereitet. Ansonsten gehst du natürlich auch in die verschiedenen Prozesse rein, dass du verstehst, welchen Tätigkeiten geht man überhaupt in den verschiedenen Abteilungen nach, wie spricht man vielleicht auch mit Kunden, jetzt ist man jetzt halt ein Kundenservice, wie geht man mit den verschiedenen Programmen um, also jetzt ganz plump Microsoft, PowerPoint, Excel, wo man eigentlich immer denkt, ja da kann ich schon alles drin. Es ist wirklich noch viel mehr dabei rauszuholen und das sind halt so grundsätzliche Dinge, die man im Betrieb lernt. In der Schule gibt es drei Hauptfächer, das sind die Hauptfächer Geschäftsprozesse, kaufmännische Steuerung, Kontrolle und Wirtschafts- und Sozialprozesse. Dabei ist Geschäftsprozesse, kurz GP, eigentlich ein ziemliches, ich habe das mal so ein Mini-BWL-Fach genannt, wo es eigentlich um diese ganzen Punkte hinter der Wertschöpfungskette von einem Unternehmen geht. Also man beschäftigt sich viel mit dem Einkauf von einem Unternehmen, man beschäftigt sich viel mit Produktion, Lagerung, Verkauf von Produkten und ansonsten auch noch mit Themen wie Personalmanagement, Projektmanagement war ein ganz kleines Thema. In KSK, also kaufmännische Steuerung und Kontrolle, geht es vor allem um Kostenrechnung, Finanzbuchhaltung. Also das ist schon etwas Mathe-lastiger für diejenigen, denen das eventuell Spaß macht, denke ich mal, dass das keine große Herausforderung ist. Für diejenigen, denen das vielleicht nicht so liegt und die vielleicht auch nicht so auf trockene Materie steht, kann ich nur empfehlen, sich da frühzeitig darauf vorzubereiten, weil es sonst eventuell etwas schwieriger sein könnte. Ja und WSP, Wirtschafts- und Sozialprozesse, ist eigentlich ziemlich viel Volkswirtschaft und das ist auch, finde ich, jetzt keine große Hürde, die es zu nehmen gilt. Ansonsten sind noch ein paar Nebenfächer daneben, ich habe noch Sport, Englisch, ich glaube kurze Zeit auch Deutsch. Ja, hat man nur wenig Stunden pro Woche, von daher auch keine große Hürde. Ich würde sagen, dass ich in diesen zweieinhalb Jahren meiner Ausbildung, die ich halt verkürzt habe, persönlich eine Entwicklung durchlaufen habe, die ich vorher so noch nie gespürt habe. Ich hatte ja gesagt, vorher hatte ich Abi gemacht und war da halt auch nicht besonders der Beste und auch nicht der Motivierteste. Aber irgendwie ist es in der Ausbildung, weiß ich nicht, dadurch, dass ich wirklich was dazu tun konnte, dass ich wirklich was beitragen konnte und dass man das auch wirklich mit den Kollegen im Team so viel Spaß gemacht hat, habe ich mich wirklich, was das angeht, sehr, sehr entwickelt, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe es auch von Bekannten vermehrt gehört, dass diejenigen, die da wirklich eine Ausbildung damit gestartet sind und das auch durchgezogen haben, wirklich einen sehr, sehr großen Sprung gemacht haben hinsichtlich, wie gehe ich mit Menschen um, wie selbstbewusst kann ich auftreten, wie gehe ich an Fragestellungen ran. Das sind alles Themen, die man, finde ich, sehr, sehr gut in der Ausbildung lernt und was ich euch auch einfach nur sehr ans Herz legen kann. Besonders gut gefallen, safe, der Austausch mit den Kollegen und Projekte in coolen Teams zu begleiten. Ansonsten, er hat gesagt, ich war eigentlich schon immer sehr wirtschaftsinteressiert, von daher haben mich die Großzahl der Themen sowieso sehr interessiert. Ansonsten habe ich sehr, sehr coole Leute einfach im Laufe der Zeit kennengelernt und ja, das waren eigentlich so die coolsten Dinge. Schwierigkeiten, eher wenige, manchmal, vor allem am Beginn der Ausbildung, muss man ehrlich sagen, kommt es sehr, sehr häufig vor, dass man eher mal Aufgaben nachgehen muss, die einem vielleicht nicht so viel Spaß machen. Da kann ich euch nur empfehlen, beweist Größe, beweist Durchhaltevermögen. Wenn ihr es schafft und euch beweist, indem ihr vielleicht Aufgaben durchsteht und gut macht, die nicht so viel Spaß machen, qualifiziert ihr euch für Höheres, meiner Meinung nach. Und da würde ich euch einfach nur empfehlen, seid stark und haltet diese Aufgaben durch. Auch mir haben die Aufgaben nicht so viel Spaß gemacht, ich habe es trotzdem irgendwie durchgestanden und dann kommen auch safe wieder bessere Zeiten. Also die Abschlussprüfungen sind so aufgebaut, dass wir in den von mir eben genannten drei Hauptfächern jeweils eine schriftliche Klausur schreiben. Dabei ist Geschäftsprozess die größte Klausur, die auch an einem Tag stattfindet. Und KSK und WSP findet zusammen am darauffolgenden Tag statt. Darüber hinaus findet dann so ein, zwei Monate später ist dann noch eine mündliche Prüfung, wo man ein Projekt, was man die Wochen und Monate davor aufgebaut hat, präsentiert und dann auch in so einem Fachgespräch nochmal so ein bisschen vertiefend dann mit dem Prüfer bespricht, um zu zeigen, dass man die Themen wirklich verstanden hat. Das ist so grob der Aufbau davon. Und dabei ist es so, dass die mündliche Prüfung zu 30% gewichtet wird und die GP-Klausur zu 40%, KSK zu 20% und WSP zu 10%. Also das ist auch wichtig, wenn man sich vorbereitet zu verstehen, was wirklich davon viel ausmacht und was eher weniger. Vorbereitend habe ich mich zum einen natürlich schon frühzeitig selbst sehr stark, dass ich mir die Schulinhalte immer vermehrt durchgelesen habe, ja, Prüfungen aus vergangenen Jahren durchgemacht habe. Ansonsten habe ich noch von meinem Arbeitgeber die Möglichkeit bekommen, an verschiedenen Vorbereitungskursen teilzunehmen, wofür ich sehr dankbar bin. Ja, und ich glaube, das sind so die üblichen Schritte, die man da macht. Darüber hinaus, was vielleicht noch interessanter ist, dass ich mir vor den Klausuren selbst zwei Wochen freigenommen habe, wo ich mich wirklich sehr, sehr fokussiert und sehr, sehr engagiert auf die Klausuren vorbereitet habe und bin natürlich froh, dass sich das auch dann in meinen Noten wiedergespiegelt hat und ich da entsprechend, ja, meine Rendite rausziehen konnte. Ich glaube, nach einer sehr, sehr guten Berufsausbildung ist es immer, oder wenn man sich auch da bewährt hat, ist es häufig oder fast immer der Fall, dass man auch einen Arbeitsvertrag danach von seinem Arbeitgeber bekommt. Natürlich, wenn es ja wirtschaftliche Probleme gibt, was anderes. Aber wenn man sich behauptet hat, wenn man sowohl schulig als auch im Betrieb gezeigt hat, dass man einen Mehrwert bringt, dass man engagiert dabei ist und bereit ist, sich weiterzuentwickeln, hat man fast immer die Möglichkeit, da danach auch fest einzusteigen. Ich glaube, wenn man es schafft, sich da weiterhin zu beweisen, weiter aufzubauen, sich auch weiterzubilden, egal ob mit einem nebenberuflichen Studium oder sonstigen Weiterbildungsmöglichkeiten, hilft einem das nur noch weiter in der Karriereleitung. Deswegen, ich kann euch nur empfehlen, bildet euch danach weiter. Bleibt nicht nach der Ausbildung einfach stehen, sondern überlegt, wie könnt ihr euch das noch mehr rausholen und ob ihr das dann berufsbegleitend macht, ob ihr das in so einem Werkstudentenmodell macht, könnt ihr euch selbst aussuchen. Aber ich würde euch schon empfehlen, euch weiterzubilden. Ja, es kommt immer so ein bisschen darauf an, was für eine Ausbildung du gemacht hast. Jetzt als Industriekaufmann war ein berufsbegleitender Bachelor sehr naheliegend. Das kann man in unterschiedlichsten Bereichen machen, jetzt auch an unterschiedlichsten Unis, egal ob man das jetzt per Fernstudium, Präsenzuni macht. Ich habe mich jetzt für die FOM als Präsenzuni entschieden und die bieten unterschiedlichste Fächer an. Da waren typisch normales Standard-BWL, Wirtschaftspsychologie, ich glaube noch digitales Marketing war noch ein Punkt. Aber ich habe mich dann für Management und Digitalisierung entschieden, auf den akademischen Grad Bachelor of Arts. Ja, und das ist eigentlich auch zum Großteil einfach ein BWL-Studiengang mit dem ersten Schwerpunkt auf digitalen Themen eben gesetzt, weil mich das grundsätzlich sehr interessiert. Ansonsten gibt es natürlich noch Weiterbildungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel einen Ausbilderschein, den man machen kann, oder an anderen Workshops teilnehmen, das gibt es auch. Aber als große Möglichkeit, das, was auch die meisten machen, was ich auch empfehlen würde, ist, dass ihr noch einen Bachelor nebenbei baut. Ja, also ich bin gerade dabei, meinen berufsbegleitenden Bachelor zu machen, bin jetzt auch gerade erst im ersten Semester, also kann ich noch nicht von so vielen Erfahrungswerten sprechen. Aber es macht bis jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, auch wenn alles per Online-Vorlesung noch stattfindet. Ich freue mich sehr, wenn wir da wieder vor Ort, oder wenn wir das erste Mal dann vor Ort in Bonn sind. Darüber hinaus spiele ich noch mit dem Gedanken, einen Ausbilderschein zu machen, worauf ich sehr viel Lust hätte. Allerdings ist es momentan einfach so, dadurch, dass ich halt abends Vorlesungen habe, über Tag arbeiten muss, am Wochenende den Ausbildung X-Themen nachgehe, dass ich aktuell leider keine Zeit dafür finde, den Ausbilderschein anzugehen. Aber ich bin mir sicher, dass ich das noch in den kommenden Jahren machen werde. Was noch zusätzlich noch ein Punkt war an Weiterbildung, aber in meiner Ausbildung war das Cambridge-Zertifikat. Das wurde uns vom Englischunterricht her angeboten, dass wir ein Zertifikat vom Englischen Institut von Köln oder sowas hieß es, ein Cambridge-Zertifikat ablegen, um eben zu bescheinigen, dass wir einen gewissen Grad an Business-Englisch-Kontext vorweisen können. Und das war eine Möglichkeit, da eben nochmal so eine Prüfung abzulegen. Kann ich auch mal empfinden, war jetzt auch nicht so toll. Also die Gehaltsaussichten in der Ausbildung, ich habe auch mal so recherchiert, wie es in anderen Berufen aussieht, sind schon sehr, sehr gut bei einem Industriekaufmann. Da spricht man im Schnitt so von etwa, ja, so 1100 Euro. Man muss dazu sagen, man startet im ersten Ausbildungsjahr, ja, so bei circa, ich glaube, 900, etwas über 900, steigt dann im zweiten auf so 1050 und im dritten ist es noch, ich glaube, ich glaube, sogar schon über 1100. Also im Schnitt irgendwas zwischen 1000 und 1100. Zusätzlich kommen natürlich, das ist auch jetzt nicht für jeden Betrieb beschlossen, aber häufig so, dass es noch Weihnachtsgeld gibt, vielleicht auch bei manchen Urlaubsgeld. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, dass man für besonders gute Noten oder für einen guten Abschluss nochmal Zulagen oder sowas bekommt. Also ich würde sagen, da spricht man so im Schnitt von 1100 Euro im Monat, vielleicht sogar teilweise 1200. Kommen natürlich auch immer auf das Unternehmen an, wo man eingesetzt ist, aber das ist in der Ausbildung schon gut möglich. Bei Übernahme ist es so, ich meine, da kommt es natürlich auch immer auf die Tariftabellen an, oder ob man überhaupt nach Tarif bezahlt wird, aber ich glaube, da kann man schon mit guten 3000 brutto, kann man schon einsteigen nach der Ausbildung. Perspektivisch, wenn wir jetzt so vielleicht über 5 bis 7 Jahre oder sowas sprechen, ich weiß es auch nicht genau, und es ist natürlich jetzt auch kein, nicht in Stein gemeistert, dass man so viel verdient, es kommt natürlich darauf an, wie performt man, bildet man sich weiter, hat man zusätzliche Abschlüsse, wie ist man generell im Unternehmen angesehen, hat man vielleicht schon Führungsverantwortung. Ich glaube aber, dass man im Schnitt schon davon ausgehen kann, dass man so irgendwo bei um die 5 brutto irgendwo so landet, mit allen Zulagen und sowas vielleicht noch dazukommt, ist glaube ich so 5, 5,5 brutto absolut drin. Ansonsten, falls ihr da genauere Infos zu haben wollt, es gibt genug Möglichkeiten, wo man im Internet mal recherchieren kann, egal ob das, ich glaube, Glassdoor, Stepstorm oder sowas ist, da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, auch direkt von dem Unternehmen, wo ihr besonders viel Interesse daran habt, mal nachzugucken, wie viel man da ungefähr verdient. Das ist jetzt kein besonders gehütetes Geheimnis, das kann man ganz einfach nachgucken. Ich würde dieser Person mitgeben, versuch alles rauszuholen, was in dieser Ausbildung möglich ist. Versuch dich für alle Themen, die dir angeboten werden, zu interessieren und zeig das auch klar den Personen an, die dafür verantwortlich sind. Zeig an, dass du in möglichst vielen Projekten eingesetzt werden willst. Zeig an, in welcher Abteilung du willst. Sei neugierig, was die Themen angeht und sei engagiert. Und lass dich auch nicht kleinreden, nur weil du ein Azubi bist und deswegen, weiß ich nicht, scheinbar weniger wert bist oder sowas, lass dich gar nicht mit sowas erst bequatschen, sondern geh deinen Weg und versuch einen Mehrwert für das Unternehmen zu stiften. Ich glaube, wenn du diesen Punkten so nachgehst, kannst du wirklich extrem viel rausholen und sei einfach selbstbewusst. Sei selbstbewusst, engagiert, versuch das Beste rauszuholen. Das würde ich der Person mitgeben. Einen wirklich guten Auszubildenden macht für mich aus, erstmal sehr wissbegierig zu sein, ansonsten auch sehr engagiert zu sein, also sich auch mal vor Überstunden oder Mehraufwand oder zusätzlichen Aufwand in anderen Themen oder Projekten, dass er sich davor nicht irgendwie zurückhält oder dass er das einfach nicht aufwenden möchte. Für mich macht wirklich einen guten Azubi aus, wenn er wirklich Bock hat, sich zu engagieren und seine eigenen Themen im Unternehmen voranzubringen und sich wirklich mal zu überlegen, was bringt das Unternehmen voran. Also nicht nur in seiner kleinen Welt zu leben und zu sagen, okay, das ist jetzt für mich wichtig, sondern stell dir mal wirklich vor, als jemand, der sich wirklich vorstellt, dass er verantwortlich ist für das Unternehmen und was jetzt für das Unternehmen das Beste ist. Ich glaube, wenn man diesen Gedanken, dieses Mindset verinnerlicht hat als Azubi, ist das schon sehr, sehr viel wert. Was mir auch noch besonders wichtig ist bei Azubis, aber vielleicht auch nicht nur bei Azubis, sondern generell, ist, wenn man eine, ich nenne das häufig so ein Gewinnertyp ist, das heißt, dass du nicht jemand bist, der nur große Reden schwingt und nichts tut, sondern sei wirklich jemand, der Tat entsprechend ist. Und halte dich im Zweifelsfall vielleicht mit großen Worten etwas mehr zurück, es sei denn, du bist auch bereit, diese großen Worte entsprechend in die Tat umzusetzen, weil ich glaube, so große Schwätzer mag nicht jeder unbedingt. Deswegen versuche, ein Gewinnertyp zu sein und versuche, mit dieser Mentalität auch zu leben. Kontaktieren kann man mich ganz einfach über LinkedIn, unter Jan Max van Bonn auf LinkedIn. Kann man mich immer gerne anschreiben, wenn man da irgendwelche Fragen hat zur Ausbildung X oder sonstigen Themenstellungen, kann man mich sehr, sehr gerne anschreiben. Ich versuche da auf alles zu antworten. Ansonsten, jetzt vielleicht neben mir als Privatperson, könnt ihr natürlich auch auf alle Ausbildung X-Kanäle gehen, YouTube, Instagram, auch auf LinkedIn haben wir eine Ausbildung X-Seite. Ansonsten auch gerne auf die Website, www.ausbildungx.com kann man uns gerne anschreiben und da gehen wir natürlich auch auf eure Fragestellungen ein. So, ich hoffe jetzt erstmal, dass euch der Inhalt des Interviews gefallen hat, auch generell, wie wir diese Interviewreihe jetzt hier aufgebaut haben. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Aufbau und jetzt die erste Episode fandet, würde mich besonders interessieren, damit wir auch diese neuen Impulse mit in die kommenden Episoden einfließen lassen können. Ja, ansonsten, ich hoffe wirklich, dass euch das Interview gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Like für das Video da, abonniert den Kanal und ansonsten sehen wir uns wieder bei der nächsten Episode von Ausbildung X, deinem Ausbildungspartner. Bis zum nächsten Mal.